Peace Leute! Zurück nach Dynasty Warrior. Weiter geht's mit Dian Wei. Schauen wir, wie er sich steuert. Okay, nicht so toll, wie ich erwartet hätte. Nervet. Da. Ich muss gerade das Cowboychen hier entfernen. Nice hit. Final round! Fight! Ich finde ihn aber einfacher zu steuern. Auf jeden Fall. Ja, er kloppt schon was raus, also. Auf jeden Fall. Ist in Ordnung. Final round! Fight! 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 Das war die Eis episodisch. Glück gehabt, wenn die ihre Special eingesetzt hat, ey. Das hätte wehgetan! Und zwar richtig. Wir sehen uns beim nächsten Mal. You final round fight Ja gut, er hat sich jetzt geduckt so, ne. Also da konnte ich nicht viel machen mehr. Da konnte ich nicht mehr allzu viel tun. Leider. Final round, fight! Final round, fight! Okay! Das war's für heute. Blöd, dass der einen noch erwischt hat, ey, und wir hatten ihn auch erwischt. Das war's für heute. Oh Gott, was den Demo mit angegriffen hat. Ja, zu Schlieren haben wir übrigens schon freigeschaltet. Durch den letzten Charakter. Ich mag ihn einfach nicht. Ganz ehrlich, ich kann mit ihm überhaupt nicht kämpfen in Dynasty Warrior 2 und 3. Geht gar nicht. Scheiße. Lubo ist übermächtig. Ganz ehrlich, mit Lubo bin ich eigentlich nur durchgerannt. Ganz ehrlich. Lubo ist unnormal stark. Und kannst du ja in Extreme Legends 3 spielen. Durchgerannt. Ganz ehrlich, scheiß auf die Gegner, egal wie viele Masten da waren. Einfach durchgerannt mit ihm. Gar keine Probleme, er hat alle gekillt. Wow. Glückwunsch. Ganz ehrlich, das war Glück. Ganz ehrlich, das war Glück. Eisenschädel. Ah, cool. Na gut, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Charakter. Bis gleich.